Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf Autohaus in Oklo in Rüsselsheim. Mein Name ist Ibrahim Lall und ich werde Ihnen heute diesen Opel Crossland X aus dem Modelljahr 2018 vorstellen. Zur Ausstattung des Fahrzeugs gehören einmal Parksensoren vorne, 16 Zoll Aluminiumfelgen auf Allwetterreifen. Einmal der Innenraum des Fahrzeugs. So, dann gehen wir mal in den Heckbereich des Fahrzeugs. Genügend Platz für den nächsten Einkauf oder auch für den Urlaub. Zur Innenausstattung des Fahrzeugs gehören einmal die Lichtautomatik, der Bordcomputer, das Tempomat, Multifunktionslenkrad, die Klimaanlage, Fünfganggetriebe, Spurhalteassistenten und das Farbmonitor für das Navigationssystem. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so würde ich mich freuen, Sie persönlich vor Ort beraten zu dürfen. Autohaus Inoklo, die Familie Inoklo und ihre Teams vom Verkauf und der Mehrmarkenwerkstatt freuen sich auf Ihren Besuch. Ausstattung des Fahrzeugs Ausstattung des Fahrzeugs